Einmal fesseln... Einmal shutailen... Ja, und vielleicht bekomme ich dann auch irgendwie eine Trophäe, wenn ich 300 Slicks angestohlen habe. Äh... Steine... Pah! Das ist so... Ach Gott, da sind die, äh, ganz gut Dagens. Das ist aber jetzt nicht hier die Stelle schon, wo ich hier, äh, Kacke machen muss, ne? Nein, nein. Hup! Ja, super. Ja, super. Das ist ja mal jetzt, äh... Richtig scheiße. Ähm... Ähm... Ich könnte ihn natürlich temporär betäuben, ne? Und dann die Minen kaputt machen und mir die dann alle nacheinander schnappen. Wäre natürlich schon eine Möglichkeit, ne? Okay. Nein! Alter, jetzt hat er die wieder aktiviert. Der ist zurückgegangen. Ich war zu nah dran. An der Scheiße. Mein Fehler. Der trifft mich tatsächlich. Warum triffst du mich denn? Hör auf mich zu treffen, du Arsch. Warum tötet ihn die anderen nicht? Warum tötet ihn die anderen nicht? Okay, das hätten wir schon mal. Uah! Welches Scheiß müssen wir jetzt nochmal machen? Ich bin echt tot. Ich bin tot. Oder? Ne, ich wurde einfach nur getroffen. Das ist so dumm. Weil ich bin wirklich dumm. Waaah! 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 Gott sei Dank, der lebt noch. Der lebt auf jeden Fall noch, der Sack. Einen haben wir schon mal! Waaah! Okay, komm. Ich geh einfach pennen. Gute Nacht. NEIN! Aaaaah! Was mach ich denn da? Warte kurz. Warte kurz. Okay, der Anstand. Das ist natürlich dann auch wieder so Stellen. Da brauch ich natürlich schon ein bisschen länger vielleicht, ne? Komm. Halt die Fresse. Ich geh schon mal auf die Luft. Du bist aber nicht mehr. Nee! Nein! Ssss! Waaah! Warum hälst du das? Ihr seid gelort. Das war, glaub ich, ganz okay an sich. Nichts ist happening, du Affe. So. Oh, jetzt sind Puff hier. Dankeschön. Hau ab! Geh rüber! So. Ist gut jetzt. Puh. Okay. Hoppa. Was? Warum? Wieso? Alter, was ist das denn für ein Ranz hier? Ist mal ohne Scheiß. Ich gebe echt Mühe. Ich gebe wirklich Mühe. Puh. Alter. Was ist denn für ein Pussy-Chant, dass sie hier zwei Sekunden betäubt sind? Ey. Woher hätte ich jetzt zum Beispiel zuerst gefesselt? Hätte ich das einfach überlebt, ne? Äh. Hat er aber nicht, weil ihr wollt jetzt wieder stehlen. Es hat einfach keinen Grund. Es macht keinen Sinn. Wirklich überhaupt gar nicht. Ich spiel nochmal. Ha! Komm aus, jetzt hier. Brrrrrr. Ah, okay. Man kann die Liegenden auch direkt nochmal vergewaltigen. Das ist gut. Alter, Vater, ja. Warum willst du schon wieder stehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich hasse es, wirklich. Schnell. Alter, okay. Ich will unbedingt jetzt sofort, bitte, einen Speicherpunkt haben, okay. Das wäre sehr, sehr nett. Okay. Ein bisschen Energie wäre auch ganz nice. Hätte ich jetzt überhaupt nichts gegeben. Äh, okay. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ist cool. Ich muss da schon hin, ne? Hm. Hm. Oh, der reitet sich nicht bekloppt rum, ne? Ah. Ich muss den leider töten. Oh, der reitet sich nicht bekloppt rum. Ich liebe Feuer. Ich liebe Feuer. Komm, brenn jetzt, bitte. Das ist echt fies, was ich hier gerade mache, ich weiß. Richtig skrupellos und boshaft. Aber was soll ich denn machen? Der rennt mir jetzt ins Gesicht wahrscheinlich, ne? Jetzt kann ich den ganzen Scheiß wieder löschen. So. Ist das eigentlich darauf ausgelegt, dass man, ui, die Level häufiger spielt? Also, dass man dann jetzt vielleicht nicht alle Abzeichen auf Platte in einem Durchlauf holt? Ach, Geheimareal gefunden. Wie schön. So, okay. Boah. Muss man gleich nochmal hin. So, okay. So, nächster Bereich. Ach, das war das Deckungsfeuer. Äh, ich trinke nochmal einen Schluck. Was sagt der Tacho jetzt? Halbe Stunde bin ich jetzt dran. Okay, bis hierhin. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gebraucht habe. Keine Ahnung. Ich glaube, letztes Mal habe ich, glaube ich, hier herausgefunden. Ne, das war erst in dem, ähm, in dem einen Räumchen, wo ich war. Aber, stimmt, da habe ich herausgefunden, dass, äh, dass man die fesseln kann. Stimmt, da war das erst. Ja, sicher kann ich den sehen. Aber der Weg ist trotzdem noch weit. Boah, ich kann nicht so schön viele fesseln. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß nicht, wie schwer das werden wird. Ja, 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 ja. In dem Fall sind die da oben sehr verwirrt. Das finde ich erstmal beruhigend. Und ich muss mal einen nach dem anderen dann abluxen. Das geht natürlich auch. Äh, wie viele habe ich noch? Ui, nicht mehr so viele. Äh, burn, motherfucker? Nein! 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 Ähm. Will ich nur einen reinpfeffern, oder was ist jetzt hier los? Nein! Ja, okay. Und... Kabäms! Okay. Ich brenne nicht, aus irgendwelchen Gründen. Finde ich, finde ich okay. Ich muss nicht brennen, ne? Der gehört jetzt nicht jetzt hier gerade... ...zu meinen Hobbys. Ich will jetzt nicht gerade um ein Schulfreudebuch eintragen. Ah, dann kriegen wir noch mal ein bisschen Wasser. Das ist nett. Ja, das geht von alleine aus, oder? Ah! Okay. Ein Geheimareal haben wir da noch. Oh, ich habe alle Geheimareale jetzt gefunden. Aus irgendwelchen Gründen. Obwohl ich genau das gleiche gemacht habe wie letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal wurde wirklich eins nicht gezählt, ne? Kann das sein? Habe ich gerade elf Gebräuflaschen in der Kiste gefunden? Alter Vater, okay. Habe ich jetzt zweimal Platin? Nein, okay. Verborgene Hilfe und Zerstörer. Okay, da fehlen auch noch ein paar. Okay. So. Okay, ich brauche nicht schleichen. Das stelle ich gerade fest. Die sehen mich hier sowieso schon. Naja, natürlich ist hier jemand. So, klar. Ja. Auch nochmal hier raus. Wasser ist wichtig. Perfekt. Äh, du brauchst gar nicht abholen, Kollege. Du kannst schön zu mir kommen. Oh, Mensch. Ob's clever ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werde ich feststellen. Vielleicht kann ich aber einen zu mir hinlocken, ne? Außerhalb des Bereiches von diesem Anti-Chant-Gedönskirchen. Ach, guck mal, Gebräuflaschen haben sie auch noch. Bumms. So. Ach, die haben wahrscheinlich immer Gebräuflaschen. Aber weil ich voll war, das voll bezog sich ja wahrscheinlich darauf. Oh, okay. Äh, okay. Typ, typ, typ. Typ, typ, typ. Was war das? Die werden schon mal... ...gesichert? Nein! Okay, da komme ich nicht hin. Warum nicht? Okay. Ähm. Den muss ich leider töten, Alter. So, mir ist jetzt nicht so schlimm. Den kann ich mir holen. Okay. No, einfach alle kein Wasser, ne? Brauchen sie nicht Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal, sogar hier mein Splatin. Wie geil ist das denn, sag mal? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Oh, okay, egal. Müssen wir es einfach nochmal machen. Okay, okay, okay. Hm, ja, ich hätte es mir eigentlich denken können, ich Idiot, ne? Egal. Es ist jetzt wie es ist, ne? Ganz einfach. Nicht abhauen, bleib hier. Sack. Dann kann man auch da fertig machen. Ja, den einen müssen wir, wie gesagt, leider töten. Ähm, aber wie gesagt. Wie viele haben wir letztes Mal getötet? Wie viele Slicks? Tausend? Und jetzt haben wir, glaube ich, zwei getötet bisher, ne? Ich meine, glaube ich, beide, äh, hat was mit dem Geheimnis zu tun, wenn ich mich nicht täusche. So, okay. Düt, düt, düt. Düt, düt, düt. Oh ja, okay, wir warten nochmal eine Runde ab. Perfekt, okay. Oh ja, alles cool. Alles cool. Nein! Nein, 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 dann töt ich mich jetzt selbst. Leg mich auch am Arsch. Ups, Entschuldigung. Hallo! So. Scheiße. Ach, Mann, oh. Er ist doch Käse, Mann. Alles Käse. Hast Käse, Mann. Brrrr. Was ist denn hier aus? Komm ich da eigentlich ab? Naja, kann ich nicht festhalten. Guck mal, kurz hier einmal wegspringen. Na, ist ja egal. Sagst du, die hab ich ja eh schon voll. Hau mir nicht ab, Kollege. Bleib schön bei mir. Ich mein, das Kombinieren so, das macht schon Bock, ne? Bin ich ja ehrlich. Kann ich hier Quicksave machen? Führen wir grad mal so rein. Ist ja immerhin, ne? Das, das, die, das Reimagining von, äh, Apes Exodus. Äh, doch, Apes Exodus war richtig. Äh, nein, geht leider nicht. Ist hier, äh, vielleicht jetzt eine Musik, wenn ich im Speedo-Modus fähre mir jetzt gerade so ein. Was das damit zu tun haben könnte. Ich weiß auch gar nicht, was das Spiel, man muss, bei so Spielen bedeutet. Ich glaub, ich bin da noch nie irgendwie so drüber gestolpert, was das überhaupt sein könnte. Da kannst du ziemlich nah dran, auf jeden Fall. Oh, der ist tot. Ähm. Ja, Alter. Ja, hm. Der oben rechts, der macht mir ein bisschen zu schaffen. Bin ich ehrlich. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich den... ...erledigen soll. Ich spratzel den jetzt mal, wenn ich kommen. Scheiß drauf. Ja, ich weiß, was Spießs ist. Das hast du sehr toll gemacht. Leckerchen gibt's gleich. Oh, Hilfe! Oh Gott, das war doch knapp als gedacht. Okay. Hm. Ja, was wir halt machen könnten. Aber ich bin niemals so schnell. So nämlich, ne? Ah, ich Idiot. Natürlich, mich kann jeder hier unten hinpacken. Und jeder einen schön behaken. So das Breen, ey. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das knapp. Ei, 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 ei. So, okay. Ja, okay, vielleicht krieg ich ihn doch irgendwie hin. Ja, das könnte vielleicht doch klappen. Ich bin auch gespannt, wie wir noch mit den Sticks weiter interagieren dürfen. Weil wir da auch wieder so Sprachbarrieren haben. Das waren ja alles so Kleinigkeiten, die ich im Original so geil fand, ne? Also erstmal die Vielzahl an verschiedenen Charakteren, die man überhaupt steuern konnte. Also die es da überhaupt gab. Weil ich liebte die Kreatur von, äh, die Kreaturen von Oddworld. Die liebte ich wirklich. Ich kann mich noch an die Anleitung von Apes Odyssey erinnern. Äh, wo die ganzen Kreaturen auch vorgestellt... Nein! Aber wir schaffen das. Das ist geil. Das ist gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ähm, wo wir die ganzen Kreaturen vorgestellt bekommen haben. Und, ähm... Ich kannte sie halt alle, ne? Also ich hab wirklich aufgesogen, die Kreaturen. Und ich hab mich dann immer total gefreut, wenn ich dann im Spiel die Kreaturen gesehen hab, die es dann, äh, quasi in der Anleitung gab. Weil ich hab erst die Anleitung gelesen und dann das Spiel gespielt, ne? Und das fand ich halt total geil. Und ich war sowieso schon immer mega gespannt darauf. Also, Apes, äh, beziehungsweise Oddworld sollte ja als Quintologie... ...war's, glaub ich, mal ursprünglich geplant, ne? Äh, herauskommen. Also fünf Teile sind's dann, glaub ich, ne? Und, ähm... Das ist, glaub ich, so zumindest in der Form, wie's ursprünglich geplant war, nicht umgesetzt worden. Wie ihr mir auch dankenswerterweise verraten habt. Okay. Ich muss sie jetzt nicht töten, oder? Zum Täuben reicht. So. Und da stand auch in der Anleitung drin, dass, wenn man die Augen offen hält, dass man dann im... ...in Apes Odyssey, äh, auch schon Hinweise auf die weiteren Spiele findet. Das gab's aber, glaub ich, nicht. Glaub ich, ich müsste töten, ne? Ihr habt doch Platz gehabt, ihr Affen! Ups, Entschuldigung. Sag mal! Achso! Wenn ich die nicht töte... ...die zählen trotzdem als Getötete, das ist ja doof. Schade, ich dachte, ich könnte noch runterspringen. Tut mir leid, ich muss dich leider töten. Wenn ich da jetzt doch überspringen kann, ne? Dann, dann, dann... ...dann raste ich aus. Ich muss dich nicht töten. Alter, es tut mir so leid. Ich muss den Checkpoint leider nochmal neu starten. Ah, es ist so schlecht, es ist so schlecht. Das Tor muss ich doch einfach nur aktivieren. Ich Idiot. Dann hätte ich sie vielleicht... Also, vielleicht ist es jetzt auch alles umsonst, was ich jetzt tue. Ähm, beziehungsweise was ich gerade getan habe. Aber es ist jetzt ja echt nicht so schlimm gewesen, wenn man einmal weiß, wie's geht. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir das Kapitel jetzt nochmal sehen. Äh, aber ihr vielleicht, dass wir hier nicht weiterkommen. Äh, Entschuldigung. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? So, da hat sich gerade dort beim Hals breit gemacht. Ja, Winter halt, ne? Da, da kommt schon mal so ein Erkältung her, natürlich. Wie mir sag ich das? Ja, okay. Ja, wir warten noch mal runter. Ist ja gut, ist ja gut. So. Ja, ich komm an den leider nicht ran, ne? Ja, der wird mich hier schon spratzeln, der Sack. Was ist denn, den, 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 den Müsisch töten, genau. Müsisch wie Chocolat. Ich bin so ein Vollhorst, ne? Warum töte ich den anderen denn nicht? Ach, komm, okay. Das ist echt so dumm, was ich hier tue, wirklich. Alter, Vater, ey. Meine Fresse, bin ich schlecht. Bin ich schlecht. Ohne Witz. Gott, oh 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 Gott. Ja, es ist unkonzentriert. Es ist einfach nur schlecht. Ich bin jetzt mittlerweile bei 42 Minuten. Ich hab eigentlich gedacht, ich werd wirklich nicht unwesentlich schneller werden, aber es sieht verdammt nochmal nicht danach aus. Weil die Kenntnisse, die ich jetzt habe, äh, die sorgen vielleicht ein bisschen dafür, dass ich grundsätzlich ein bisschen schnell durchgehe, aber durch das Fesseln, äh, und meine dadurch bestehenden Fail-Versuche. Ist der Unterschied, glaub ich, eigentlich nicht da. Ist, also marginal vielleicht, aber nicht da, glaub ich, eher. So, okay, dankeschön. Ah, ja, ich muss den natürlich töten, ich würde mal. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Ich weiß schon niemals, ob ich jetzt hier bin. Ah, motherfucker. So, dankeschön. Lass mich pratzen. Vielen herzlichen Dank. So. Da ist nichts passiert. So. Numero uno. Möchtest du das denn? Spack mir weg? Oh Gott, ich glaub, gleich krieg ich den nicht mehr. Ich find das geil, dass man den einfach irgendwie dann nur nicht spratzeln kann. Ist okay. Neh mich. Deine Seele gehört mir. Ah. Fesseln. Natürlich. Aber wir können echt gerne mal versuchen zu erklären, woran das liegt, ob er jetzt erstmal fesseln möchte, oder ob er dann doch vielleicht, äh, sich dann doch überlegt, äh, doch erstmal zu stehlen. Hat mich nicht so ganz gereilt. Kannst du sagen, du kannst doch nochmal. So. Du hast dann eben eine 50-50 Chance, ne, dass sich das immer abwechselt. Das kann natürlich auch sein. Und das Spiel muss man am Anfang extrem verbuggt gewesen sein. Weil das, zum einen hat sich der Markus, äh, hat es im Kommentar geschrieben, äh, dass sie da wohl jetzt schon viel nachgepatcht haben. Äh, aber auch als Julius damals gezockt hatte, äh, da hatte sie auch sich echt darüber beschwert, wie verbuggt das Spiel noch war. Aber bisher bin ich jetzt hier nur noch über noch nichts gestolpert. Sag mal! Was soll denn der Scheiß? Ohne Witz, was, was ist das für ein Ranz? Ich versteh's nicht. Der bewegt sich jetzt aber, ne? Kommst du nochmal hier ein bisschen in meine Richtung, bitte? Ich würde gar nicht verstehen. Das ist einfach so doof, ne? Wirklich. Das ist einfach nur... Ähm, er ist ohne Scheiß, warum kann ich den nicht fesseln? Macht doch gar keinen Sinn jetzt. Alter, Mann, ey. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. So viel zum Thema nachgepatcht, ne? Und verpackt und so. Und keine Ahnung. Ich versuch's jetzt einfach so lang, bis es klappt.